Der Dominic, wir haben gerade Total War Pharaoh gespielt. Das ist eine Mischung aus riesigen Massenschlachten, die zu riesigen Quarmieren steuern und eben auch der rundebasierte Teil, die wie Civilization ist. Wir konnten einfach drei Schlachten spielen, auf easy, normal und sehr schwer. Das ist eben das, wo alle anstehen. Was neu ist an dem Total War, ist es so, dass es dynamisches Wetter gibt. Es kann mal regnen, mal mit dem Sand stürmen und das das Terrain beeinflussen. Ich fand es noch ziemlich witzig. Ich habe ein bisschen einen tiefsten von der Grafik. Ich finde, es sieht eigentlich immer noch recht gleich aus. Ein bisschen blass und jetzt nicht nur wegen der Wüste. Mercerie mag die taktischen Schlachter, das jetzt immer noch. Ich will sicher auschecken und mal schauen, ob es für ein Review reicht. Achtung. Aber ich kann auch gar nicht, dass das